Liebe Kunden, Ihr Feedback ist uns sehr wichtig. Deswegen möchten wir Sie einladen, unsere Leistungen auf Immobilienscout24 zu bewerten oder uns eine Mail mit Ihrer Einschätzung zu schicken. Wenn Sie mit HBI Bergmann Immobilien zufrieden waren, freuen wir uns über eine Empfehlung und viele Sterne von Ihnen. Ihre Empfehlung wird uns zu weiteren Bestleistungen motivieren und zeigt, dass wir unserem eigenen Qualitätsanspruch gerecht werden. So geben Sie eine Bewertung bei Immobilienscout24 ab. Zehn Tage nach Ihrer Kontaktaufnahme erhalten Sie eine Mail von Immobilienscout24. Der beigefügte Link führt Sie zu einer Bewertungsseite. Bewertet werden können Der Informationsgehalt des Exposés Unsere Erreichbarkeit Die Beratung Und ob die Immobilie so ist, wie im Exposé beschrieben. Außerdem können Sie HBI Bergmann Immobilien weiterempfehlen. Und wenn Ihnen doch einmal etwas nicht so gut gefallen hat, helfen Sie HBI Bergmann Immobilien mit Ihrer Bewertung ganz bestimmt darauf zu lernen und noch besser zu werden. Die Beratung Die Beratung Die Beratung Die Beratung Die Beratung Untertitelung des ZDF, 2020